So, an dieser Stelle des Pullovers kommst du jetzt natürlich ohne deine Maschenprobe. Nicht weiter. Für die Maschenprobe brauchst du das Stricker, das du verwendest. Du brauchst in etwa die Nadel mit der du gerne strickst und ein Maßband, dem du nachher die Maschenprobe ausrechnest. Wir machen jetzt folgendes und zwar ist das ja auch ein Anfängervideo, die Fortgeschrittenen können natürlich jetzt weiter schalten. Für die Maschenprobe müssen wir schon wissen, wie wir Maschen aufnehmen. Ich habe zwei Maschenproben gemacht. Einmal mit der Nadel 5, mit den Cubics, das sind diese viereckigen Nadeln, weil ich relativ locker stricke. Und einmal habe ich eine Maschenprobe gemacht mit den Signatures. Da ist total viele die Signatures, mit denen habe ich diese Maschenprobe gemacht, in Nadelstärke 5. Da es ja unterschiedliche Stricker gibt, feste, lockere Stricker. Das habe ich auch alles in dem Workshop ausführlich beschrieben, was ihr dann für eine Nadelstärke nehmen solltet. Ich möchte alles relativ einheitlich halten. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Anschlag zu machen. Ich verwende einfach den Kreuzanschlag. Ich zeige euch, wie dieser geht. Und ja, ihr könnt natürlich euren Anschlag machen, wie ihr wollt. Ich zeige euch jetzt den Kreuzanschlag. Ihr nehmt ein Fadenstück für die Maschenprobe, was etwa doppelt so lang ist oder dreimal so lang wäre, noch besser, wie das Strickstück, was wir jetzt stricken wollen. Die Maschenprobe sagt aus, wir wollen berechnen, wie viel Maschen 10 x 10 cm sind. Wir gucken auf unsere Banderole. Da steht jetzt drauf, 15 Maschen in der Breite geben 10 cm und 22 Reihen in der Höhe geben 10 cm. Bei der empfohlenen Stärke 5 bis 6. Ihr seht, ich nehme schon die 5, weil ich weiß, ich stricke sehr locker. Jetzt nehme ich meine Cubes, die Viereckigen und nehme beide Nadeln, lege den Faden doppelt, lege den Faden einmal um den Zeigefinger, ein zweites Mal um den Zeigefinger und bilde dieses Kreuz. Hebe diesen ersten Faden über den dahinterliegenden und ziehe den umschlungenen jetzt nach vorne und habe damit die Anfangsschlinge. Diese Anfangsschlinge lege ich über beide Nadeln und ziehe den Faden fest. Jetzt gehe ich mit der linken Hand zwischen beiden Fäden mit dem Zeigefinger und dem Daumen und spalte die so auf, von oben. Jetzt drehe ich meine linke Hand einmal nach hinten, oder vom Video zur Seite, so dass sich hier ein Kreuz bildet und da ein Kreuz. Kreuzanschlag. Jetzt gehe ich mit beiden Nadeln in die Schlinge im Daumen, um den Faden am Zeigefinger und beim Daumen wieder raus. Löse jetzt meinen Daumen und ziehe fest. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, also wir haben jetzt schon zwei mehr gemacht. Achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig. So und jetzt lernt ihr auch schon rechte Maschen. Damit sich eure Maschenprobe nicht einrollt, wie diese hier, seht ihr, habe ich am Anfang ein paar Reihen nur rechte Maschen gestrickt und am Rand auch nur rechte Maschen. Die ist nicht so gestrickt, die hat sich nach dem Stricken eingerollt und erst nach dem Bügeln und Waschen bleibt sie glatt. So und das so eine Maschenprobe zu erstellen, ziehen wir jetzt eine Nadel der beiden heraus. Schieben sie nach unten, so, ziehen sie heraus. So, jetzt nehmen wir den Strickfaden, legen ihn um den kleinen Finger, hinter beiden Fingern, am Zeigefinger zweimal drum gewickelt und den Faden spannen. Der Arbeitsfaden wird hinter die Arbeit gelegt. Wir stechen von unten in die Masche ein. Von unten legen den Faden um die Nadel und ziehen den Faden durch. Rechte Masche 1. Ich zeige es noch mal. Von unten einstechen, Faden um die Nadel legen und durch. So, das ist die rechte Masche. Es gibt auch noch andere Videos bei YouTube, wo die rechte Masche gezeigt wird, deswegen zeige ich euch das jetzt zweimal. Ich selber habe ja auch noch Videos für die rechte und linke Masche, da sparen wir uns das jetzt einfach. Es geht ja hier grundsätzlich auch um den Pullover, wie der berechnet wird und gestrickt wird mit den angesetzten oder gerade angesetzten, angestrickten Ärmeln. So, wir stricken bis zum Ende. Das ist übrigens jetzt eine Rückreihe, also die zweite Reihe, nur rechte Maschen. Beim Kreuzanschlag kann man die Kreuzanschlagsreihe nehmen wir als eine vollständige Reihe ansehen. So, jetzt stelle ich noch mal eine Hinreihe. Rechte Maschen. Also, die Arbeit wenden. Nur rechte Maschen. Und danach kommen wir auch schon zur Maschenprobe. So, Arbeit noch mal wenden. So, jetzt haben wir 20 angeschlagen. 22 Maschen. Wir stricken. Das ist jetzt die Rückreihe. Eine rechts. Zwei rechts. Linke Maschen, die den Faden vor die Arbeit legen, von oben einstechen und den Faden darum wickeln und durchheben. Nicht von oben einstechen und den Faden durchziehen. Also, ich zeige es euch noch mal. Vielleicht kann ich es euch auch ein bisschen näher zeigen. Von oben einstechen und nicht den Faden einfach nur durchheben, sondern von oben einstechen und den Faden stricken. Also, so. Das ist richtig. Von oben einstechen und den Faden durch und nicht so. Das gibt nur eine verdrehte linke Masche. Das ist keine richtige linke Masche. Das sieht nachher auch nicht schön aus, weil das Gestrickte sich verzieht. So, linke Maschen. Bis zwei vorm Ende. Diese beiden stricken wir wieder rechts. In der Hindenreihe stricken wir wieder alle Maschen rechts. So, und jetzt seht ihr schon, es bilden sich hier die Vs für das glatt rechts gestrickte. Nämlich Hindenreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Und hier an der Seite bildet sich so ein graus rechts Rand. So, hier habe ich jetzt eine falsche, die hat sich nämlich verdreht. Die hebe ich jetzt nochmal um, damit ich sie richtig abstrecken kann. So, wenn ihr da von mindestens 20 Reihen gestrickt habt, könnt ihr das Ganze einfach von der Nadel ziehen. Achtung, dann löst es sich auf. Ich habe es auch so im Workshop geschrieben. Ihr könnt natürlich auch die Maschenprobe abketten. Und damit zeige ich euch dann auch schon gleich die Methode des Abkettens, so wie ich es gerne mache. Und zwar ist das jetzt die Rückseite, wo ich abkette, also kette ich links ab. Randmasche rechts. Nächste Masche war ja auch rechts gestrickt. Jetzt rechts stricken und jetzt die eben gerade gestrickte über die rechte Masche stricken. Jetzt kommt eine Masche links. Stricken und die davor rechts gestrickte Masche über die Masche heben. Nächste links und jetzt wieder diese Masche über diese heben. So, damit kettet ihr ab. Wenn ihr das bis zum Ende gemacht habt, habt ihr eure Maschenprobe. Jetzt möchte ich allerdings, dass ihr diese Maschenprobe bügelt, nass macht, also erst nass macht, bügelt und trocknen lässt. Oder nur nass machen und aufmachen. Also Maschenprobe, Maßband anlegen. Eine Maschenreihe nehmen. So, nö, so. Nö, so. Anlegen, eine Maschenreihe nehmen, 10 cm Maschen auszählen. Mit den Reihen, da war das Video zu Ende, eine Reihenlinie nehmen. Töne die Faust und jedes einzelne Loch auf 10 cm zählen. Jedes Loch ist eine Reihe. Komme ich auf 22. Bei der Maschenprobe hat es nicht funktioniert. Da bin ich auf zu wenig Maschen gekommen. Nämlich nur auf 13. Also nehme ich da nicht Nadelstärke 5 bei den Signatures, sondern 4, 4,5. Ich nehme natürlich die Holzneilung, weil es da einfach perfekt gepasst hat. So, jetzt geht es weiter mit dem Maschenanschlag für unseren Pullover.